Wie sind die Überregionalen Messen? Bei den überregionalen Messen in diesem Jahr rechnen wir mit stabilen Ergebnissen im Vergleich zu dem Vorjahr. Das gilt für die Aussteller und für die Standfläche. Bei den Besuchern könnte es einen kleinen Abstrich geben, aber wir haben noch nicht alle Endergebnisse. Es könnte durchaus sein, dass auch noch die Ergebnisse sich leicht ins Plus bewegen. Ja, durchaus ähnlich. Auch da weitgehend konstante Daten. Das gilt auch für die regionalen Publikumsmessen. Gerade die Allgemeinpublikumsmessen hatten ja in den letzten Jahren doch einige Probleme. Hier sehen wir, dass die Besucherzahlen sich inzwischen verbessert haben. Es könnte durchaus sein, dass die erstmals seit Jahren wieder im Plus liegen. Und das dürfte auch zusätzliche Aussteller bewegen, wieder an solchen Messen teilzunehmen.